Purple Moon Ein Wortpett-Roman von Laura Deverhard Kapitel 1 Unheimliche Nacht Die Sonne verschwand hinter dem Horizont. Dunkelheit streckte sich über die Dächer des Dorfes Wyrnie. In einigen Häusern ging langsam das Licht aus. Ich habe das Gefühl, irgendwas wird heute geschehen, murmelte Tanja Urbin. Sie saß auf der Terrasse ihres kleinen, aber gemütlichen Häuschens und hielt eine Tasse Kakao in der Hand. Ihr Mann Linus lachte rau. Das sagst du jeden Vollmond und jedes Mal sage ich dir aufs Neue, dass es verdammt nochmal nur ein Mond ist. Er kann nichts bewirken, wie das in manchen Fantasy-Filmen dargestellt wird. So etwas geht nicht. Tanja war sich da nicht ganz so sicher. Nervös strich sie über ihre Stuhllehne. Schon öfter hatte sie sich gefragt, ob sie verrückt war oder paranoid oder abergläubig. Aber da war immer dieses Gefühl an jedem Vollmond. Das erdrückende Gefühl der Angst. Sie wusste nicht wieso, aber es war da. Immer. Sie war nun schon alt. Nicht so richtig, aber 53 ist eben schon nicht mehr so jung. Keines ihrer Kinder oder ihre Eltern hat es jemals gespürt, dieses Gefühl. Seufzend schüttelte sie den Kopf. Linus hatte sicher recht. Aber warum wollte sie es dann nicht glauben? Ihr Mann hatte sich zu ihr gesetzt. Von innen hörte man den Fernseher laufen. Vermutlich hatte er gerade wieder Football oder irgendeinen Krimi angesehen. Tanja ließ ihren Blick über die Nachbarhäuser streifen. Die Familie gegenüber brachte gerade ihren kleinen Sohn Richard ins Bett. Er war süße zwei Jahre alt. Linus beschwerte sich ständig über dessen lautes Geschrei. Aber wenn der kleine Racker dann angelaufen kam, wurde sein Herz ganz weich. Er musste dann wieder an seine Kinder denken, die damals genauso klein gewesen waren und nun in alle Himmelsrichtungen zerstreut waren. Natürlich war er stolz auf sie. Sehr sogar. Elisabeth, die Älteste, war nach Arizonas geflogen, um Medizin zu studieren. Philipp wollte schon immer Schauspieler werden. Er war zwei Städte weitergezogen. Gerüchten zufolge war Hollywood an ihm interessiert. Tja, und dann gab es da noch Linnea, seine jüngste Tochter. Linnea war in der Gegend geblieben, um eine Ausbildung zur Polizistin zu machen. Da war sie auch ganz fleißig dabei, kam aber jeden zweiten Sonntag nach Hause, um bei ihren Eltern zu sein. Zu ihr hatte Tanja schon immer eine besondere Verbindung. Eben ein richtiges Mutter-Tochter-Verhältnis. Linnea und Philipp hatten sich immer gut verstanden. Zusammen klauten sie Tanjas Kekse oder angelten. Zunächst hatte Philipp es gehasst, bis er eines Tages seinen ersten Fisch gefangen hatte. Er hatte gestrahlt und seinen Vater sogar nicht mehr losgelassen. Und Elisabeth, sie möchte immer mit. Durch das Räuspern seiner Frau wurde Linnea aus seinen Gedanken gerissen. Was ist, Schatz? fragte er. Sie zitterte leicht und sah den Himmel. Der Mund geht auf. In ihren Augen spiegelt es sich leichte Panik, aber auch Entschlossenheit. Linus konnte sich das nicht mehr mit angucken. Also stand er auf und ging ins Wohnzimmer, wo gerade sein Lieblingskrimi lief. Tanja sah ihm nach. Sie war es gewöhnt, allein zu sein. Ins Bett konnte sie nicht gehen. Schlafen war unmöglich. Die Frau lehnte sich zurück und betrachtete den aufgehenden Vollmond. Er leuchtete stärker als je zuvor. Um sich zu beschäftigen, holte sie ihr Buch hervor. Gerade wurde der Gouverneur dabei, dem Dorfmädchen einen Heiratsantrag zu machen. Und so vergingen Stunden, ohne dass sie aufsah. Ich werde mal ins Bett gehen, Tanja. Mach nicht mehr so lange, rief Linus von drinnen, die angesprochene Bejahde. Nach einer Weile schlug die Turm Uhr zwölf. Erstmal blickte Tanja von ihrem Buch auf. Der Mond stand ganz oben am Himmel. Meine Güte, murmelte sie, schon so spät. Sie wollte aufstehen und ins Haus verschwinden, doch dazu kam es nicht. Einen inneren Drang folgend sah Tanja zum Himmel auf und erlitt fast einen Schock ihres Lebens. Der Mond hatte seine Form nicht verändert, aber seine Farbe. Er leuchtete strahlend violett. Es wirkte so unheimlich, dass einem die Haare zu Berge standen. Oh mein Gott, flüsterte sie entsetzt. Das kann nicht sein, das ist unmöglich. Sofort erleuchteten mehrere Häuser. Tanja konnte nicht anders. Sie lief in den Garten, bis an den Rand des Waldes. Von dort aus schien etwas auszugehen, eine Art magnetische Anziehungskraft. Tanja wusste, dass der Mond etwas damit zu tun hatte. Als sie in der Mitte angekommen war, riss sie erschrocken ihre Augen auf. Sie war nicht die Einzige, die hier war. Unzählige andere aus dem Dorf hatten sich hier versammelt. Die meisten sahen verwirrt aus. Als ob sie nicht wüssten, was sie hier taten. Andere starrten den Mond fassungslos an. Plötzlich erhob sich eine Stimme, düster und gefährlich über dem Platz. Bestimmt fragt ihr euch, was passiert ist. Nun, ich könnte es euch sagen. Stille. Nur der Atem der Menschen war zu hören. Tanja spürte, dass hier etwas nicht stimmte. Es fühlte sich an, als hätte jemand den Ort auf Spannung gestellt, welcher jederzeit in die Luft gehen würde. Oder ich könnte euch auch als die ersten Opfer nehmen. Tanjas Atem wurde schneller. Sie musste hier weg, ganz schnell. Langsam setzte sie einen Fuß vor den anderen und war schon fast am Rande der Mitte des Waldes angelangt, als eine Dunkelgestalt vor ihr auftauchte. Die Frau schrieb panisch auf. Die Kreatur war definitiv kein Mensch. Sie war komplett in Dunkelheit gehüllt. Nur ihre langen, scharfen Zähne und die gelben Augen glänzten. Na, na, na. Du wirst uns doch nicht schon verlassen wollen. Jetzt, wo es erst spannend wird. Unsahnf wurde sie zurückgeschubst und konnte sich kaum auf dem Bein halten. Süßen, toten Menschen, rief die Stimme. Tanja spürte noch einen unerträglichen Schmerz im Bauch, ehe sie in eine endlose, tiefe Dunkelheit glitt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt und bewertet es doch bitte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.